Wir dürfen heute die Vereinigten Arabischen Emirate empfangen. Wir haben ein wunders Programm aus Unterhaltung, Kulinarik und Information zusammengestellt. Das heißt es gibt steirische Musik, steirischen Volkstanz und ein Buffet von den Weizer Schafbauern. Erstens möchte ich euch sehr vielen Dank für uns hier in Graz. Wir haben eine sehr schöne Leute, eine sehr schöne Lande. Wir sind sehr froh, dass wir ein Teil dieser Wintergames sind. Wir hoffen, dass unser Team eine positive Teil des Successes sein wird und dass unsere Athleten ihre Zeit genießen und gewinnen. Das wichtigste ist, dass wir alle hier in Graz hier in Graz haben. Meine Aufgaben sind eigentlich, ich bin so ziemlich Mädchen für alles, von 7 Uhr in der Früh bis spät in die Nacht und versuche zu helfen, wo es zu helfen gibt. Ich zeige ihnen auch die Stadt und bin für jeden Einsatz zuständig, damit alle die Gruppen immer zusammenbleiben. . Hier ist die Freiheit! . . . . . Vielen Dank.